Ladies and gentlemen, ein neuer Stream erwartet euch. I can't believe this, man. Sag alles andere ab. Seitdem ich bei meinen Streams das stille Wasser von Smirnoff trinke, sind meine Streams wesentlich entspannt. Gefällt mir, wie du denkst. Also ich finde schon, dass ich ein sexy Mann bin. Wie sollte es anders sein? Welt. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich sag's ganz ehrlich, ich hab irgendwas Versautes gedacht. Mir ist so langweilig, ich zieh mich gleich aus und spiel mit meinen Kleidern. Nein! Nein, schön. Willst du nur an dir selbst spielen? Auch, aber das wäre dann nicht uns für... Egal. Vergessen wir das, Leute. Ich hab keinen Bock. Genauso drauf wie du heute. Zwölf und zehn Jugendliche haben keinen Plan von Martin. Diversen Stimmen in meinem Kopf. What? So, ich esse jetzt noch das Bonbon. Sauber. Und wenn das leer ist, bin ich raus. Bei uns im Saarland herrscht das gut. I can't believe this, man. Das ist jetzt noch das gut. Dann bin ich raus. Ladies and gentlemen, ein neuer Stream erwartet euch. Sag alles andere ab. Let's go. Erstmal nochmal eine Pulle von diesem stillen Wasser von Smirnoff. Nachdem ich bei meinen Streams das stille Wasser von Smirnoff trinke, da sind meine Streams wesentlich entspannter. Danke für die Aufklärung. Immer wieder gerne. Aber ihr wisst ja, wenn es um Sachen Aufklärung geht, ja. P2 sieht es, euer Mann. Fake. Fake. Boah, der ist doch gut gewesen. Boah, der ist doch gut gewesen. Da haben wir jetzt schon in die Hände geklatscht. Sashi Rumstick von der finnischen Ferse im Angebot anstatt 32 Euro und kostet die 6,60 Euro. Wild. Ja. Okay. Kannst du mal 20 Kilo kaufen, ne? Wohl abgelaufen die Ferse. Oh, nice. Was ein Wortspiel, Alter. Gefällt mir. Gefällt mir, wie du denkst. Let's go. Rinder. Direkt rein da. Ja, ich hab Verwirrung, Leute. Absolute Verwirrung. Let's go. Schöner Pass. Let's go. Schön gespielt. Richtig gut gespielt. Drecksack. Kriegen sie gerade die Karma-Schelle. Karma-Schelle. Let's go. Direkt. Also, ich finde schon, dass ich ein sexy Mann bin. Ja, eben. Ja, Megloven. Natürlich. Ich meine, ich muss es wissen. Ich kenn dich ja privat. Wie warm ist es bei dir? Ich schwitze mir heute einen ab. Megloven, da du hier bist, ist es extrem hot. Ja, das wird es sein. Das wird es sein. Megloven ist einfach Crematorium. So heißt es. Das liegt an dir. Nice, Leute. So muss das. Ihr seid alle so hotte Menschen. Alles Räuber-Hot-Sendblots. Nein. Also, Artie. Das ist ja Wahnsinn. Gestern dieser eine Satz hier mit dem, wie war es, die Ferse wohl abgelaufen und jetzt das. Also, das läuft ja bei dir heute. Hab nur einen gekickt bekommen, den anderen leider nicht. Wenig Boost jetzt. Das ist ehrlich, holig. Ja. Let's go. Oh, der geht. Let's go. Schöner Winkel. Genau. Und um danach weh zu kommen, musst du ja rüber wechseln. Also, du musst ja umgreifen. Nee, ich drücke das immer. Also, ja. Also, ich drücke. Pass auf. Vielleicht kann ich das nach. Ich habe es so standardmäßig. Vielleicht siehst du das on-stream. Bist du im Stream drin? Nee, gerade nicht. Okay, ja, dann ist es natürlich schwierig zu erklären. Nee, Robert, weil ich dann hier anfangen. Erzähl mir doch sowas nicht. Oh, nice, der war gut. Überraschend. Ich habe es gar nicht gerafft, dass ich den noch so gut kriege. Der war nämlich echt schwer. Deswegen versuchte er einfach, dir selbst irgendwie zu vertrauen. Was ist denn jetzt? Weiß ich nicht. Waren wir nicht mehr im Team? Und wieso habe ich Once angemeldet? What the fuck? Doch, ich bin bei dem Team. Du bist noch bei mir im Team. Hä? Ich bin ja auch nicht dabei. Ich habe gerade geguckt. Ich bin noch bei dir im Team. Komplett verpackt. Alters-Check im Chat. Wo ist der Zusammenhang zwischen Kassette und Bleistift? Was? Aber Kassette und Bleistift? Moment mal. Also jetzt stehe ich auch auf dem Schlauch, Fufu. Jetzt bin ich gespannt. Oder Moment, warte. Oder ist das wieder anders gemeint? Moment. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, falls die Kassette sich blöd abrollt, kannst du wieder... Ach so, okay. Ja, ja, richtig. Richtig. Das stimmt. Darauf wäre ich jetzt gar nicht mehr gekommen. Was sagtest du denn, mein Lieber? Ich habe, ich sage es ganz ehrlich, ich habe irgendwas Versautes gedacht. Kassette und Bleistift, you know what I mean. Und dann noch schön sagen, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ja, moin. Läuft bei mir. Deswegen, das war mein erster Instinkt, als du sagst, das Alters-Check. Weißt du, wie ich meine? Ob die Leute hier alt genug sind, um das... Egal. Vergessen wir das, Leute. Vergessen wir das einfach. Oh, nein, Leute. What? Nein, bitte kein Konter. Nein. Come on, bitte. Oh mein Gott, Leute. Das war so gut gemacht. Das war einfach so gut gemacht. Und es ist nicht belohnt worden. Schade, Mann. Aber GG. Gutes Game. Wow. Ich dachte, wenn ich einfach hinterher schreie, dass er nicht gehen soll, dann wird irgendwas passieren. Aber tatsächlich hat es nichts gebracht. Die erste sehr, sehr unlucky-Aktion tatsächlich. Boah, starkes Play. Starkes Play. Wow. Saya, richtig gut gesehen. Schönes Play. Sauber. Ja, oder? Sauberer Sache. Sauberer Sache, ja. Wollte gerade das Kürzel verwenden. Und dann habe ich doch gemerkt, nein, das Kürzel verwende ich jetzt nicht, Leute. Wo steht ihr jetzt? Wie meinst du? Rank-mäßig? Ja, gut, das hier ist ja eh Smurf, also C2. Auf dem Main bin ich wieder C3 mittlerweile. Gebombt. Der war richtig clean. Nice, Leute. Let's go. Schönes Ding. Gucken wir uns nochmal an. Alle mal ausgespielt hier. Nice, Mann, rein. Oh mein Gott, bitte. Das kann nicht sein, Leute. So blöd kann keiner sein. Oh mein Gott, dieses Game, Leute. Aber weißt du, was ich meine jetzt mit Saya? Erstens mal lenke ich das wahrscheinlich mega ab, wenn ich dann mit dem Discord bin. Aber dann ist noch eine Stimme mehr, weißt du? Da ist nicht nur die diversen Stimmen in meinem Kopf, sondern dann ist auch noch über Discord. Leute, das ist nicht mein Gameplay, ganz ernsthaft. Weil es sind einfach zu viele Leute, die deine Plays unterbrechen. Wisst ihr, was ich meine? Lass es raus. Ja. Geil. Eindrücke verlangender Ausdruck. Aber das ist das. Die Leute chasen gefühlt mehr wie ein Schmus, weil sie wissen, oh ja, ich habe ja noch ein Mate hinten. Da kann ich ja voll reinficken. Äh, hast du dich bestimmt verhört. Und wenn, habe ich das gedrängt. Das ist übrigens ein guter Tipp, wenn ihr getriggert seid, Leute, in Rocket League einfach mal reinzufühlen, wo ihr das wirklich körperlich wahrnehmen könnt. Bei mir war es wie gesagt, in der Brust hat sich alles so zusammengezogen. Das ist eigentlich der beste Tipp. Einfach nur beobachten, wie fühlt sich das an und irgendwann ist es halt von alleine weg. Weil, ne, nichts bleibt halt für immer. Na, es bummt. Kommst du dir nochmal einen Touch? Oh, der hat schon schon. Hat er gesehen. Hat er, glaube ich, gesehen. Ja, sind beide da, Alter, ist in der Luft. Andere ist unten. Oh, nice. Safe. Oh, ich komme fast noch mal ran, Alter. So close, ey. Das wäre so verdient gewesen. Das sieht nicht gut aus. Oh, Mate, Gegner fällt. Oh, mein Gott. Der Gegner fällt, aber er kickt mich noch irgendwie. Geht der rein? No way. Was ist da denn passiv? Wie konnte er mich da kicken? Er war hier in der Luft, backflippt. Ach, come on, Leute. Wieder so ein unlucky Ding, weil er da irgendwie mich reinkuschelt. Wahnsinn. Mir ist so langweilig. Ich ziehe mich gleich aus und spiele mit meinen Kleidern. I can't believe this, man. Mein B. Bisschen unterschätzt den Ball. War doch noch schneller, als wie man dachte. Es könnte noch gefährlich werden. What a save, Leute. What a save. Gut gesehen. Nice, Leute. Nice. Schön gesehen aber auch. Er macht ihn einfach selbst dann. Mit einem Double Touch. Let's go. Ja, und dann, keine Ahnung, werden wir vielleicht noch einen Abstecher nach Venedig machen, könnte ich mir vorstellen, weil das da in der Nähe ist. Und ja, wollte ich auch schon immer mal hin. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Die Stadt der Liebe, Leute. Oder war das Frankreich? Ich weiß, ich glaube, Venedig ist auch die Stadt der Liebe, oder? Paris. Ja, nicht Frankreich. Frankreich ist die Stadt der Liebe. Let's go. Hier kriegt ihr noch was geboten, Leute, für euer Geld. Wild. Ja, Frankreich ist ein Land. Dankeschön. Ich habe es dann auch gemerkt. Deutschland ist in der Nähe von Köln. Ja, das sollte man schon wissen, oder? Ich habe keinen Bock auf Freeze. Ich habe keinen Bock, One's, Two's alleine zu spielen. Ich habe keinen Bock... Schön den Stinkefinger gezeigt. Let's go. Ich habe keinen Bock. Du willst nur an dir selbst spielen? Auch, aber das wäre dann nicht Ons Film. Das gibt es dann nur auf OnlyFans. Let's go. Das ist der Peak, Leute. No. Bitte nicht so unlucky. Bitte nicht so unlucky, Leute. Oh mein Gott. Was? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Nein. Schön. Stark gemacht, Mann. Stark gemacht. Genauso drauf wie du, Leute. Ja. In einem anderen Kontext könnte man das auch falsch verstehen. So oft wie ich auch in meinen Streams irgendwas von 420 erzähle. Ja, war noch ein Problem. Ich weiß, wie du es meinst. Gesundheit. Julia hat gerade genießt. 12 von 10 Jugendlichen haben keinen Plan von Mathe. Ja, true. So, jetzt eben was Geiles hier. Oh, wow. Mit an Alter. Was? So schön, Mann. Auch nochmal gut hier drunter gekommen. Also, danke. Das ist doch selbst überrascht, muss ich sagen, Leute. So, ich esse jetzt noch das Bonbon. Und wenn das leer ist. Bin ich raus. Jetzt habe ich natürlich irgendein so Klebe-Mist von dem Ding an den Händen. Bonbon. Also, ich dachte, das heißt immer gut, gut. Bonbon. Ich weiß, boobun. Ich weiß es nicht, Leute, wie das geschrieben wird. Ich würde normalerweise auch nie Bonbon sagen. Bei uns im Saarland herrscht das Kutz hier. Ist jetzt noch das Kutz hier? Dann bin ich raus. Bonbon. Ja, natürlich. KB. Herrlich. Wie sollte es anders sein? 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 Wie sollte es anders sein?